Was mach ich jetzt mit der Ente? Ich kann ja mal mit der Ente bewerfen, aber... Was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt mit der Ente? Duck Soup! Nichts wie Duck Soup! Kipp mir die Ente! Muss ich ihn vielleicht auslocken und mir den Hut nehmen? Please don't make a fuss! I can't believe I'm doing this! Ähm... Das hat's wohl nicht gebracht... Ich hab ihn doch nur ausgenockt! Get the Duckie! Ich hab dich ein secret! Oh, das? Es ist ein Thermometer! Ich hab keine Ahnung wie man die Ente kriegt... Huh, blöd... Hab ich eigentlich immer noch die Schuhe an? ist doch nicht zu fassen. Ich gehe mal kurz zu der Grabe Location, weil ich brauche was zu essen. Wir wissen ja aus vorangegangenen Gameplays, dass man da, dass es erstmal eine Buggy Location gibt und die ist hier. Großartig. Man kann nämlich Knollen ausgraben und ich brauche die Knollen. Der ist böse. Ja und schon will er mich angreifen. Und er tut's auch. Kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas getan hätte. Außer durch das Loch in seiner Wand geguckt. Ich habe immer noch nichts zu essen. Notfalls muss ich mir was Verschimmeltes suchen und dann eine Pille gegen die Übelkeit nehmen. Da schnarcht doch schon wieder jemand. Gibt's nichts zu holen. Aber hier vielleicht. Ich muss es jetzt einfach erstmal mitnehmen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das wei ich schon mal nicht mehr auf. Das Ding zweimal zu nehmen war vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber Gott sei Dank wir haben es. Und wir haben einen Pilz. Den können wir uns vielleicht mal reinpfeifen. Schnell mal auf dem Piano was klimpern. Und die Leute weckeln. Äh weckeln. Weghennen. Dsmpel. Was ist das? Dsmpel. Was ist das? Aber das Game ist halt ein bisschen nicht so hardwarefreundlich programmiert. CPU rennt. CPU rennt auf 70% vielleicht. Grafikkarte nicht mal voll 100. Und trotzdem nicht mehr als 60 FPS. Beziehungsweise nicht mal 60 FPS. Also nicht konstant. Aber immerhin kann ich mich hier ungestört bewegen. Was ist denn wenn ich jetzt hier lang gehe? Ach das ist auch eine Joy Pille. Krass. Die haut nur noch mehr rein. Was ist denn wenn ich hier rein gehe? Komme ich in einen anderen Level Abschnitt? Möchte ich das? Möchte ich das? Wow. Where is the metal pipe with the bump repair kit? Who has apps to create related with the bloody pipe wife? Achso. Das ist eine ehemalige irgendwas. Und ich kann das hier reparieren. Ich dachte ich komme jetzt in irgendeinen anderen Level Abschnitt aber scheinbar nicht. Holste Expansion Kit? Na das nehmen wir doch mal gerne. Das war blöd. Hier wollte ich rein. Haha. Jetzt kann ich zwei Sachen auf einmal tragen. Bloß blöd dass ich keine Zweitwaffe habe. Ich kann die abschließen. Haha. Ist halt lustig. So. Pump Repair Kit. Place Pipe Valve. Repair Power Source. Kanten. Ich kann es natürlich nicht craften. Ich habe meinen ganzen Scheiß natürlich zu Hause. Ich bräuchte ja theoretisch nur noch einmal Duck Tape. Das musst du nicht sehen. Wenn ich hier einbreche. Nee. Du musst jetzt hier rum stehen. Geh doch mal raus bitte. Ich habe ja noch einen Mushroom. Und ich habe noch Brot. Moldy Bread. Verdammt. Nein. Tu mir nichts. Mein Gott. Ich will doch nur helfen. Mein Gott. Diese Agro Piepel immer hier überall. Piepel. Wie er durch mich durch rennt. Ähm. Wollen die mir alle auf die Schnauze hauen? Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn wenn ich mich hier hinsitze? Kenne ich nicht. Da sitzt nämlich schon einer. Wie blöd. Zurück zum Ort des Geschehens. Hihihihi. Duck Tape. Ich brauche noch einmal Duck Tape. Warum ist in dem Spiel Duck Tape so wichtig? Verdammt. Oh oh. Ja ja. Ich kann nicht durch wenn du hier. Was ist denn dein Problem? Schlimmer. So. Das nimmt sich schon wieder die Form an. Ich brauche Duck Tape. Das heißt. Ich werde hier vielleicht irgendwo da hinten Duck Tape finden. Deswegen gehen wir mal da hin. Man ich bin immer hungrig. Und dazu kommt dass ich jetzt auch noch. Und dazu kommt dass ich jetzt auch noch. Hungrig bin. In real life. Always hungry. Always hungry. So, hier mal was suchen. Ist das mein zweite Haus, wo ich nicht weitergekommen bin, ne? Ja, genau. Vielleicht musste ich, ich muss jetzt nochmal probieren, vielleicht komme ich da auf das Nachbarhausdach, das ist doch nicht zu fassen. Ja, manchmal ist man auch, hat man auch glitschige Schuhe an und rutscht einfach darunter. Wie habe ich denn das gemacht? Das hat gleich beim ersten Mal geklappt, jetzt kriege ich es nicht mehr hin. Ah, so, ich wette das soll dafür sein, dass man hier aufs Dach kann. Verdammt, ich doch. Aber warum dann? Warum hier hoch? Darüber? Der springt ja nicht mal, ich hasse das, wenn man auf die Tasse drückt und er nicht mehr springt. Er hält sich nicht fest, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum man da nicht hinkommt. Gehen wir halt in das nächste Haus. Ja, war ich schon, blöd. Hier kann man auch nicht hören, ne? Doch, vielleicht ein bisschen. Yay, wir haben es geschafft, aber hier ist nichts. Großartig. Wahrscheinlich sollte man es auch gar nicht hier rein schaffen. Hm. Hm. Mein Inventar ist schon wieder... Unbeliebable. Unbeliebable. Und warum ist das Ding leer? Okay, äh, die können wir eigentlich nochmal wegwerfen. Einen haben wir ja. Mehr als einen brauchen wir nicht. Definitiv nicht. Ach, guck mal. Hier waren wir doch vorhin. Lustig. So. Hm. Kommt man da irgendwie rein? Kommt man da irgendwie rein? Rein kommen wir schon. Da waren wir aber schon drin, ne? So, wir rennen jetzt mal dem Typen hinterher. Der muss nochmal irgendwann stehen bleiben. Halt! 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 Bleib schnell! Heim! I'm late! I'm late! For a very important date! I'm late! I'm late! For a very important date! Wo rennt der hin? Ich muss was trinken. Selbst hier war ich schon? Unglaublich, ich war schon überall. Es ist einfach unglaublich, wo ich schon überall war. So, gucken wir doch mal schnell hier rein. Ob man nicht irgendwie, aber ich habe kein Duct Tape hier drin, ne? Habe ich hier Duct Tape drin? Ich habe hier Duct Tape drin, ne? Krasser Scheiß. Das heißt, ich kann das hier bauen? Er nimmt das nicht mal aus dem Inventar mir hier mit raus. Ach nee, Moment, ich habe nur zwei. Moment. Nimmt ihr auch den ganzen Kram aus meinem Inventar mit rein? Ich habe hier gar kein Duct Tape, oder? Ne, habe ich nicht. Wenn ich jetzt hier rausgehe und was craften will? Sagt er trotzdem, ich habe zwei von drei... Oh, dann kann ich ja alles hier reinschmeißen. Ich bin so ein Honk. Einfach großartig. Und ich schreibe die ganze Zeit schleppe ich den Scheiß mit mir rum. Das ist ja nur wirklich mehr als ärgerlich. Man lernt immer dazu, nicht wahr? Ist die voll? Ja. Wozu brauche ich eine Leuchte? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das heißt, ich kann mir meine ganzen Verbrauchsgegenstände einfach hier reinschmeißen. Nur das hier muss ich mir behalten. Alles das, was ich einschmeißen will? Das ist ja nicht mal so unklarer, sag ich mal. Holen wir uns erst mal aufs Ohr. So. Jetzt müssen wir uns leider so ein Muldi-Brett reinhauen. Ich habe mal vier Zähnebrüche. So. Haben wir das auch geschafft. Hier ist das jetzt eine.